Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin's, euer Vasily und heute bekommt ihr den Ramadan Vlog. Genau, wir werden heute fasten, dementsprechend auch schön iftar, so wie bei dem Video, was wir für Impact gedreht haben letztes Jahr, werde ich das heute als Vlog auf meinen Channel machen, Leute. Ich werde jetzt die Jungs wecken, wir haben für einiges heute geplant. Der Azad fastet mit mir zusammen, Masih fastet ja sowieso und der Umid wird heute, glaube ich, nicht fasten, aus persönlichen Gründen. In Zukunft wird auch ein Video auf den Impact Channel kommen, wo wir auch alle zusammen fasten, aber das werden wir nächste Woche machen. Auf jeden Fall kann ich euch erstmal jetzt schon sagen, ich bin aufgestanden, hab meinen Kaffee nicht bekommen, mein Wasser nicht. Was ich sonst immer trinke und mein Körper beschwert sich schon, definitiv. Ich sehe das allein an meinen Falten. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ja, ist jetzt schon anstrengend und ich würde mal sagen, gehen mal die Jungs wecken. Und an der Stelle muss ich auch erwähnen, wundert euch nicht, warum auf meinen zweiten Kanal nicht durchgehend Videos online kommen. Ich habe einfach im Moment gerade ein großes Projekt am Laufen, was mich viel Zeit kostet, aber noch knapp einen halben Monat, dann habe ich es fertig. Und dann kann ich es euch auch präsentieren und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich meine Zeit dem gewidmet habe. Und wenn das fertig ist, kommen hier auch wieder regelmäßig Uploads und alles, was dazu gehört, Leute. Auch Gaming, also Fortnite, wird hier auf meinen Vlog-Kanal kommen. Okay, dann haben wir das auch miteinander schon geklärt. Richtig ist immer schwierig. Und ich werde mir jetzt in Zukunft auch eine neue Vlog-Kamera besorgen, für noch bessere Qualität. Wie schon, geht schon, aber es geht noch besser. Sorry, an der Stelle kann dunkel werden. Wir haben jetzt gerade 12 Uhr, Leute. Ich bin seit 9 Uhr wach, habe schon einige Sachen erledigt, ich hatte zwei Kreuz. Aber hier, guck mal, ne? Heute ist es fast, bewege mal deinen Arsch. Doch, doch, aufstehen. Komm, wir haben einiges zu erledigen. Ich habe gesehen, gestern hat sich da noch jemand Essen zubereitet. Na? Ah, wir müssen jetzt einkaufen. Ja? Ja. Ja, für Grill alles einkaufen. Ich muss den Grill auch mal sauber machen. Ich mache auch heute Abend öfter halt die Gordon Ramsay Burger. Und gleichzeitig drehe ich dann das Koch-Video. Okay. Also, ihr habt gehört, Leute. Checkt mal meinen Koch-Kanal ab. Die Videos kommen immer sonntags 10 Uhr an. Lassen wir mal die Masse aufstehen. Ich kann euch mal zeigen, was zu dem Projekt gehört. Und einige können sich denken, aber ich darf es noch nicht aussprechen. Aber ich zeige es euch an. Und zwar mache ich hier Food-Fotos. Ihr seht, ich habe hier so eine Box. Das sieht jetzt alles unordentlich aus. Das wird jetzt am Wochenende wieder hergerichtet, weil wir hatten hier andere Sachen auch, Aufnahmen. Und ja, hier drehe ich. So, Leute, wir füllen. Drei Stunden später nach meiner ersten Aufnahme sind jetzt alle bereit. Und wir gehen jetzt erst mal einkaufen. Ja, sag doch, was wir heute waren. Sag, wir sind erst mal. Habe ich schon längst. Ich habe meine Aufnahmen schon alles schon. Ah, 2.12 Uhr, äußerst weit. Komm, 2.12 Uhr. Halb 1, alles. 2.12 Uhr. 2.12 Uhr rein. Aber ich habe einen neuen Bademantel. So, das ist gut. Okay. Aufstehen, Mero. Ja. Also, Leute, wir sind die neue Bademantel-Crew. Also, das wird in Zukunft auch einen eigenen Bademantel rausbringen. Seid gespannt. Ich glaube, ich hätte einfach keine Schlaufe gehabt. Doch, doch. Da musst du unten noch Freiraum laufen. Ja, an der Seite. Ne, der ist... Du hast Luft. Doch, der muss. Der muss haben. Ne, der muss gar nichts. Also, der Beste war der mit der Kapuze. Der Beste war der einer aus diesem Hotel, wo eingesteckt war. Das war Astoria, Bruder. Das war 270 Euro Bademantel. Ich hab doch klaut den Sohn. Ich hab doch gesagt, der ist doch noch ein paar Schlaufe. Der gibt mir wirklich. Ja, ja. Der war heftig. Also, der Bademantel vom Astoria Hotel, wo der Herr Asad sein Musikvideo produziert hat. Das war ab. Äh, gedreht hat. Mein Mann geht's nicht gut. Ich bin so schlappjau. Schlapp, weißt du wie groß es ist? Ja, oder? Äh, ey. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Das wird der Reine erschossen. Aus. Was hier, Habibi? Erklär mal ganz kurz. Also, um wieviel Uhr gibt's heute EFTA und ist das immer unterschiedlich? 20.44 Uhr, es wird immer eine Minute später von Tag zu Tag. So läuft das ab. Ha? Suara? Suar? Wie heißt der? Suara ist meine Cousine. Was meinst du? Suara? Suara, ja. Also, es ändert sich immer um eine Minute. Genau, es ändert sich immer so um ein, zwei Minuten. Je nachdem, weil die Sonne ja aus sich immer zu verschiedenen Zeiten immer aufgeht. Ist es so eine Städtebegreifung? Äh, ja genau. In jeder Stadt ist das anders. Deswegen, man muss immer gucken, wo es in seinem Bezirk ist. Ich hab in Berlin so einen Plan. Ich hab gestern sogar geguckt. 20.42 Uhr. Richtig, genau. Es wird aber immer später. Jeden Tag eine Minute mehr. Okay. Also, fangen wir heute an, so 20 Uhr... 43. 20 Uhr das Essen vorzubereiten. Dann sind wir perfekt und... Genau. Am besten, man fängt früher an, nur die Sachen, so was wie Fleisch, was wirklich schnell ist. Mach auch so viel in der Pause, weißt du? Oder? Ja, ja, klar. Geht auch gut. Wie war's los? Wie war's los? Mir fehlen meine... meine Getränke. Ach so. Hier links. Deine Koffein. Ja. Deinen Kaffee. Ja. Deine Energie. Ja. Du hast die Energie gestern mir noch liegen gelassen. Ciao. Ey, wisst du, was das Schlimmste ist? Wir haben uns entschieden, jetzt auch endlich einen Gasgrill zu kaufen. Weil diese Holzkohlegrill uns immer Probleme macht. Wir müssen immer sauber machen und wir werden dreckig und so. Und deswegen gönnen wir uns jetzt einfach einen Gasgrill. Kann ich nur empfehlen. Sauber, immer kontinuierliche Hitze. Und man kann dort auch wirklich gute Steaks breiten. Unter anderem heute auch unseren Gordon Ramsay Burger. Weil er den... Also ich will den Gordon Ramsay Burger original nachzubereiten. Und deswegen brauchen wir einen Gasgrill. Weil der Gordon benutzt auch einen Gasgrill. In dem Malibu Hill. Weil er das Video hat. Das Video hat knapp 40 Millionen Klicks. Aber so lustig, er sagt, was er gekauft hat. Dann holst du so einen Gras. Das ist ein normales Gras. Warte, wir haben uns heute den Mixer weggeschmissen. Ah ja, wir brauchen einen Mixer. Genau. So, was haben wir hier? Ey, wenn wir wieder Alaska nehmen... Hier, lass mal Busch. Ja, aber warte, das ist kalt. Das ist für Smoothie. Smoothie? Boah, der sieht schön aus, ne? Der sieht schon schön aus. Oh, Steuerbruder. Ja, aber warte, 70 Euro nehmen wir Krups. Dann hören wir mal auf Masse. Also, das ist unser neuer Mixer. Ja, das ist unser neuer Mixer. Das ist unser neuer Mixer. Kasko Design. Kasko. Kasko. Wir haben jetzt Kasko. Da wo steht Kasko. Also, Kasko. Ich hab Kasko. Kasko, komm mal. White Co. Wow. Die sind kein Spaß, Leute. Die sind kein Spaß. Wirklich. Oh. Oder hier, Bueno White. Ja, ja, die Beine. So, Leute. Diese Beine hier kann ich euch nur empfehlen. Gönnt euch. Diese White Edition. Genauso von Duplo. Hier sind die originalen Nüsse drin, die auch geröstet werden. Für die Nutella. Das ist ein kleiner Insider von mir. Skrrr. Guck mal, wie groß der Laden ist. Bis wir hier raus sind zwei Stunden. Aber das ist gut. Je mehr Zeit vergeht, desto besser ist es. So, Leute. Wir haben schon einiges eingekauft hier. Was ist das? Guck mal, wenn wir nichts vernünftiges. Das war gerade neu. Du bist ein neues auszuprobiert. Auf jeden Fall. Wir haben hier viel Blödsinn gekauft. Eigentlich nur heute für den Grill. Aber Leute, ich geh an diesem Schrank vorbei, ne? Ich würde so am liebsten jetzt das Ding da rausnehmen und reinbeißen. Man schätzt das immer. Man schätzt das nur an solchen Tagen. Ja, ja, ja. Wenn du weißt, du darfst jetzt nicht. Guck mal. Guck mal. Warum machst du sowas? Ich bin Sünde, weil ich Sünde bin. Aber ich weiß, ich habe auch jetzt schon Zutaten. So, Leute. Hier sind wir bei diesen internationalen Regalen, die ich immer erwähne in meinen Kochvideos. Wo man alles findet. Asiatisch, Italienisch, Mexikanisch. Hier findet man gewisse Zutaten, womit man dann auch kochen kann und internationale Gerichte zubereiten. Heute brauchen wir eigentlich gar nichts von hier. Ich gucke nur gerade, wo ist Griechenland. Nur Griechenland will. Japan, China, Japan, Russland. Wo ist Griechenland? Italien, Italien. Ey. Ich schwöre Rassismus. Wo ist Griechenland? Ich glaube. Ja, ja. Aber wo ist Griechenland? Ey. Die haben kein Griechenland. Leute. Einfach Griechenland? Vielleicht haben wir uns einfach rausgenommen. Hier, Oliven ist alles von uns. Was passiert hier? Wo ist Griechenland? Ui. Die haben zwar Kurde, es war aber nicht. Ich schwöre, haben die nicht. Also Leute. Die haben alles außer Griechenland. Ey, das gibt es doch nicht. So Leute, wir sind jetzt an der Kasse. Und so ein Durst, Leute. Man hat das Verlangen, aber ich ziehe hart durch. Zuliebe Tomasi auch. Ja, man kann jetzt nicht einfach auch sagen. Mich stört es nicht, wenn ihr trinkt. Nein, wir ziehen hart durch. Auf jeden Fall hier, wir haben auch noch so einen Tisch gekauft. Neuer Grill. Dann haben wir hier einen neuen Grill gekauft. Und jetzt gleich. Jetzt gleich gehen wir noch zum Baumarkt. Und kaufen für den Grill Gas. Weil das machen wir nur im Baumarkt. Und dann fahren wir schon wieder nach Hause. Und zum Konten. Ja, Season 9 ist da, Leute. Ticket House ist wieder zurück. So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf. Asad hat gewonnen. 320 Euro. Jetzt müssen wir erstmal wieder 20 Videos hochladen. Damit das Geld reinkommt. So sieht das aus, wenn Asad den Einkauf einräumt. Yo. Scheiße. Super sortiert. Also so sollte es definitiv nicht aussehen. Das passt zu dir. Hier ist ein Jubiläer. Wo sind deine Kinder? Meine Kinder? Ja, so jetzt. Drei Kinder um dich rum. Was gibt's da? Kein Geld. Gerade 320 Euro. Schwierig. Der aktuelle Stand. Wir konnten gerade nur 20 kmh fahren, weil AdBlue fehlt. Jetzt wird's nachgefüllt. Ja, jetzt hast du das Loch getroffen. Heftig, ne? Also wir konnten wirklich nur 20 kmh gerade fahren. Wir hatten jetzt auch Glück, dass hier direkt eine Tankstelle war. Stimmt, boah. Wissen wir daran, dass es genug ist? Ja. Hä? Da passen mehr als 5 Liter rein, Bruder. Meinst du komplett einschüllen? Da war nur, glaube ich, so. Da war noch 10 Liter. Dann schauen wir mal, wie viel jetzt rein. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt fertig haben, fahren wir erstmal direkt nach Hause. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich sag euch mal eine Sache. Wir haben den Grill ausgepackt und die wollen wirklich, dass wir den ohne Betriebseinleitung aufbauen. Das ist so der Klassiker, ne? Aber jetzt kommt der Tipp von Vassili. Man gibt einfach das Modell ein bei Google. Betriebseinleitung und dann hat man die Betriebseinleitung. Wir machen wie Puzzle, Bruder. Einfach rein und probieren. Das ist schwierig. Da hab ich so ein Haus. Da hab ich so ein Haus. Das ist schwierig. Das sind die Beine. Und später, wo kommt das Gas raus? Hä? Und später, wo kommt das Gas raus? Ah ja, da seht ihr unseren Pool. Hier, Bruder. Das benutzt man. Auf jeden Fall bauen wir den jetzt auf. Und wenn er fertig ist. Und wenn er fertig ist, mach ich mal so heftige Shots von dem Grill. Guck mal, zwei kaputte. Guck mal, die sind so da. Geht's in die Sodaten, wo die so pfeifen so? Ja, aber du musst schon dazwischen gucken. Ja, wenn man nix isst, Leute, guck mal. Ich hab's auf Kamera, guck mal. Die machen so harte Leute. Aber da kommt eine kleine Fliege. Fliege? Das war eine kleine Fliege. Guck mal, direkt alle beide gesprungen wie Frauen. So Leute, wir haben den Grill aufgebaut. Mir geht's in Umständen entsprechend. Ich bin schnell reizbar und habe sehr viel Hunger, Durst. Kopfschmerzen, alles was dazugehört. Also erstmal Respekt wieder an die Leute, die es wirklich 30 Tage durchziehen. Heftig. So, aber wir haben auch was Positives hier. Grill ist fertig, aufgebaut. Wir probieren ihn jetzt aus. Willst du einmal aufnehmen? Ja, mach mal an die Geschichte. Warte, ich will den auch auf. Ja, so läuft. Okay. Alter, da geht jetzt hier alles rum, Bruder. Bitte nimm bisschen Abstand. Nimm bisschen Abstand. Das hat auch nie bei mir im Laden funktioniert. Diese Zünder? Ich schwör. Diese Zünder machen immer Faxen. Ah, jetzt machst du Oldschool Methode, ja? Immer. Ja. Ja, ich habe jetzt auch gewinnig mit meiner Hand da rein. Oh, ist schon an. Ist an? Ja. Hier. Jetzt sind alle an. Alle sind an. Alle sind an? Ja. Hört man gar nicht, sieht man gar nicht. Aber merkt man, ja? Hier ist definitiv heiß. Auf jeden Fall. Der Grill läuft, Leute. Ich sag's euch, ich bin so gespannt auf dieses Fleisch, ne? So, Leute, ich werde mich jetzt ein bisschen frisch machen. Was machen wir eigentlich mit jetzt? Boah, schwierig. Schwierig. Schwierig, wenn ich zocken. Ja, ja, ja. Aber off-stream, ne? Ja, ja. Okay, ja, wir zocken jetzt noch ein bisschen, aber off-stream. Weil stream ist schwierig. Und dann hoffen wir, dass es schnell 8 Uhr ist. Und dann fangen wir an, mein Kochvideo zu drehen und die Burger zuzubereiten. Original Gordon Ramsay Rezept. Genauso wie er mache ich das in seinem YouTube Video. Und dann probieren wir das Ganze. Ich freue mich, schon in diesen Burger reinzubeißen, ne? Der wird vom feinsten, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen Fortnite gegrindet, zwei Stunden. Wir haben jetzt kurz nach acht. Und meine Down-Phase war eben ganz extrem. Aber durch Fortnite wurde es jetzt besser. Es ist wirklich, es ist wirklich immer wieder ein Kampf. Ich konnte mich nicht mehr an das letzte Jahr erinnern. Da haben wir es ja auch gemacht mit dem Fasten. Aber es ist auch immer wieder was Neues. Definitiv. Also, ich muss nochmal großen Respekt an alle Leute aussprechen, die das wirklich durchziehen. Über einen Monat lang, Leute. Ihr habt meinen vollsten Respekt. Das ist heftige Disziplin, finde ich. Extrem, auch was Rauchen angeht. Trinken und diese ganzen Sachen einfach extrem. Und wenn man dann noch seinen Alltag hat, arbeitet oder sonst was. Respekt dafür, Leute, auf jeden Fall. So, wir fangen jetzt an, alles vorzubereiten. Dann werde ich mein Kochvideo drehen. Und dann werde ich euch auch zeigen, was wir zubereitet haben. Und wie wir natürlich, wie wir unser Fasten brechen. Das ist um 20 Uhr... 44? Genau. 20 Uhr 44, genau. Dann trinken wir was, essen eine Dattel. Dann hat man das Fasten gebrochen. Und dann kann man richtig durchdrehen, Leute. Dann kann man richtig reinhauen. Und wie ihr eben schon Asad gehört habt. Er könnte ein ganzes Schwein essen. Dachtet ihr, ich war gerade beim Chinesen mit dem Auto machen? Nein! Das war ernst! Ich hab eins gemacht. Nein, voll drauf. Kommst du zu mir so. Ich wollte dich so machen. Warum bist du so getroffen? Du Amassi, das erste was er aufmacht. Hier, das erste was er aufmacht. Dauere andere Sachen. Ich will das sehen. Guck mal, er dreht durch. Wir fassen, wir fassen. Boah, boah. Das kann man draufhauen. Boah, dieser Elf. Auf jeden Fall, das werden wir jetzt gleich zubereißen. Ich weiß, was ich heute abmache. Hör doch, wir fassen das mal. So Leute, jetzt können wir das Fasten brechen. Es ist? 20 Uhr 45, es sind sogar 40. Okay. Tu mal fertig! Was soll man essen? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Es ist sauber, es ist sauber. Es ist sauber, es ist sauber. Wenn ihr euch irgendwas von Kraft wünscht jetzt... Boah, wie heftig das ist. Jetzt was zu kauen. Ja, oder? Viele. Die Griechen. Mit Bitterkirchen. Boah, gib mal deinen Käse, Juge. Dein Käse. Auf jeden Fall Leute, war heute der Tag definitiv eine Experience. Wir werden nächste Woche nochmal mit Team Impact Fasten auch ein Video dazu drehen. Mit Umi zusammen. Der heutige Tag war dementsprechend gut, weil wir was unternommen haben. Kannst du nur jedem empfehlen, der fastet, unternimmt viel. Er lenkt euch ab, so geht die Zeit auch weg. Und jetzt schmeckt das Essen doppelt so gut. Wir werden uns jetzt leckere Burgers zubereiten. So Leute, ich habe hier einiges vorbereitet. Ich werde jetzt mein Kochvideo drehen. So sieht das Ganze aus. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir den Burger getestet haben, wie wir ihn zubereitet haben, checkt einfach meinen Erstkanal ab, meinen Kochkanal. Vassili eingeben. Dort sind meine Kochvideos und der Upload ist genau jetzt mit diesem Video online, Leute. Nächste Woche denke ich, werde ich auch nochmal einen Vlog machen, wenn wir auch mit Team Impact Fasten werden. Alle zusammen. Werde ich das auch nochmal aufnehmen, wie wir den Tag verbringen. Und an der Stelle würde ich es begrüßen. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Damit zeigt ihr mir eure Liebe. Und ihr kennt es von mir, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.